1. Hoppe 5-0 2. Kontoppler 4-1 3. Jansen 3-2 4. Dieselbeck 2-3 5. Hoppe 1-4 6. Schallbauch 0-5 1. Kugel 5-0 2. Wilde 3-2 3-2-8 3. Chen 3-2-10-6 4. Berge 3-2-9-8 5. Korb-Rioli 1-4-6 Kitz 0-5 David Ponke von Kussula Jansen aus der Gruppe E und Vogelai Wilke und Schenken aus der Gruppe F qualifiziert für die Fischberunde 3. Punkt 4-1-2-3 Schallbauch 05-0-2- 不用 strahlge 1-4-3-3K-0-2-3-3 blocked 180 Fr Applaus Nein, nein, nein! Auf Wiedersehen! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Klasse. 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 Klasse.